Stimmt, die Hürnkarte könnte ich noch angucken. Hürnkarte, ich hab 0 HP, kann nicht vergessen. Gut, ähm, Hanabi. Ich glaub, die schenke ich aber zuerst noch was. Ich versteh nicht alles, was am Kuna-Taiway passiert ist, aber wir müssen jetzt tun, was wir können. Für den Commander. Aber erst ein Geschenk. Noch ein Gerücht für dich. Das hatten wir ja mit Kleidungs- und Sachen und ja, bla bla bla. Also, danke. Das war ja sehr überzeugend, danke. Hey, Yuito. Ich frag mich ja, ob man auch mehrere Geschenke geben kann, wahrscheinlich, oder? Weil sonst würde man ja nur langsam vorankommen und das... Okay, wir gehen zum Mitsubis. Ja, also, reden wir über AAS. Das ist wahrscheinlich Gesprächsthema Nummer 1. Ich weiß ja nicht, wie man jetzt ein bisschen... jetzt besoumig gehen könnte, aber... Ich dachte, dass es in der OSF-Karten als Kinder des Staates bedeutet, dass es gut ist. Ich werde die Vögelen anderen als Teil des HEROischen OSF-Karten. Aber... Das sind wirklich nicht so einfach. Ich weiß. Alle haben ihre eigenen Motiven. Ich habe nie gedacht, dass die OSF uns gegen die anderen kämpft. Was ist die richtige Sache zu tun? Es ist etwas, was ich wirklich brauche, um zu denken, aber ich weiß nicht. Du bist richtig. Ich bin auch nicht einfach. Obwohl, ich denke, dass es besser geht, als dass Worry dich verletzt. Du hast so eine positive Attitude. Ich weiß nicht, ob das eine positive ist. Ich denke, dass es besser ist, als dass es in der Schmerzen ist. Du musst so viel Intelligen, wie du kannst, bevor etwas passiert, das nicht zu sein kann. Du bist so sicher von dir. Du bist wie Kasane in dieser Weise. Wirklich? Ja. Auch wenn du zwei nicht in Ordnung bist, du beide bist so sicher von dir. Ich denke, das ist wirklich stark. Ich bin der gleiche Klassiker als die beiden, aber ich bin immer wunderschön und wunderschön. Wenn du mich nicht verletzt hast, ich denke, dass ich ein lange Zeit verletzt hätte. Du hast mich auch immer wieder geschaut. Ich hätte es nicht so weit geschafft, wenn es nicht für dich wäre. Ich bin froh, dass du das sagst. Aber du musst mich nicht verletzieren. Ich bin nicht verletzieren. Du bist immer so sehr glücklich. Du hast mich verletzt, um mich weiter zu gehen. Als Kinder, hast du mich immer gebeten, wenn ich mich schuldig fühle. Ich würde nicht hier ohne dich sein. Ich weiß, es ist nur glücklich. Aber es ist immer noch ein bisschen verletzend. Es ist nicht glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich brauche dich. Du meinst... Aber nicht nur dich, Hanabi. Ich glaube, ich brauche jeder. Oh! Genau. Freunde sind wichtig. Ja. Es gibt so viel, was zu denken. Aber du wirst in einer Runde, wenn du in Menschen nicht verletzt hast. Also fühle dich, mit mir oder jemandem zu reden, wenn du es brauchst. Ich bin sicher, dass wir dich irgendwie helfen können. Ja. Ich meine... Sie haben mit dir geholfen. Aber... Ich denke, dass ich mich nicht verletzt habe. Okay. Ah. Danke fürs dich verstehen. Es scheint trotzdem etwas auf ihrer Meinung zu sein. Aber zumindest hat sie es nicht. Sowas verstehst du nicht. Du bist immer so nett. Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich bin nicht besonders nett. Aber du hast es nicht überhaupt verletzt. Das macht dich cool. Und dumm. Und dumm. Du machst es aber auch nicht besser, Hanabi. Bei ihr geht das viel schneller voran als bei den anderen. Erhöht das Erholungstempo der SRS Pyrochinesanzeige. Das finde ich gut. Richtig. Richtig. Ich habe mir gedacht, wie viel ich dich gekannt habe. Ich auch. Ich dachte, dass ich dich bereits wusste. Aber ich habe immer noch etwas Neues gefunden. Wirklich? Ich bin so glücklich. Du hast die für mich ausgesucht, Yuito? Die riecht gut. Sehr beruhigend. Blumen kämpfen manchmal miteinander, wenn man sie nebeneinander pflanzt. Aber diese Blume ist glücklich. Und ich auch. Freundschaft erhöhen? Nein. 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 Einfach gar keinen Bock. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich will es auch schön, wenn ihr da auf dem Boden hockt. Und meditiert. Ich gebe dir gerne noch mal ein Erste-Hilfe-Set. Einfach nur... Ich weiß nicht, ob ich dir mehrmals Geschenke geben kann oder nicht. Das Spiel erklärt das ja nicht so wirklich. Immer. Aber ich glaube, wenn du die zwei mit dasselbe Geschenke hintereinander gibst, sind sie jetzt nicht sehr überzeugt davon, oder? Weiß ich nicht. Das Spiel gibt halt keine Antworten. Wir haben erfahren, dass einige Mitglieder der Nationalen Verteidigungsfonds, die in Sairant stationiert sind, ohne Befehle auf eigene Faust gehandelt haben. Jetzt darf ich mal reden. Vorsitzender Joey Sumeragi kritisierte dies als Handlungen gegen ein zivilkontrolliertes Militär. Viele Bürger brachten ihre Zustimmung an uns zum Ausdruck. Ja, ich durfte was sagen. Ich glaube, ich spiele noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann... Ich bin zufrieden. Vielleicht sollte ich resten. Dann kann man mal aufhören. Dann essen wir mal. Also ich und Teddy, Teddy und ich. Der Esel nennt sich mal zuerst. Also ich und Teddy. Ja. Stimmt. Ich vergesse immer, dass Wataru existieren, weil er halt nie da hinsitzt. Es gibt wahrscheinlich andere OSF, die mit ihm alignen sind, wie Gemma war. Es gibt sogar eine Chance, dass der Major General auch da sein wird. Wenn wir uns gegen ihn finden, denkst du, dass wir, was es braucht, um zu gewinnen? Der Major General Karin ist. Er ist ein Septentrion. Der Braineater. Der Braineater. Der Braineater. Der Braineater. Das bedeutet, dass er nicht überrascht ist. Aber trotzdem... Ich muss gehen. Genau, Gemma? Ja. Ich muss sehen, was mit meinen eigenen Augen passiert ist. Phase 4. Geteilte Schicksal. Obwohl er von den Ereignissen auf dem Kunataibu überwältigt ist, begibt sich Yuito und das Team nach Suom heraus für Karins Bericht über einen Aufstand der Wahrheit entsprechen. Wieso ist Kasali da? Das ist absolut gut. Also Weltuntergangsszenario Kapitel 4 schon? Warum sind andere in der Stadt? Wotaru, was ist passiert? Keine Antwort von Wotaru. Was ist falsch? Was ist falsch? Was ist Probleme für Fragen Was ist Masch … Was bedeutet Geist? Was ist irgendetwas? Ich weiß nicht, ob ich Sainette von hier wiederholfen kann. Eliminate so viele andere aus der Stadt wie du kannst. Das ist nicht unsere normalen Kommunikation, aber meine Telepathy. Die Klammern sind unterbricht, also kann ich nur mit dir sprechen. Ich kann nicht hören, also nicht mit dem Antworten. Mach dein best, um zu überleben. Was? Hey, Wataru! Yuito, Wataru ist nur mit dir? Es sieht aus, Sainette ist unterbricht, also er hat mich telepathisch kontaktiert. Ich verstehe. Also wir werden für ein paar Zeit ohne Unterstützung sein. Ja, gut, so oft habe ich auf seine Hilfe jetzt... also kann ich gut verzichten erstmal. Er hat gesagt, dass Arababa geblieben ist und das Sicherheitssystem ist auch unterbricht. Und er hat gesagt, dass es andere in der Stadt gibt, die wir uns umschauen wollen. Er wird sich auf den Systeme wiederholfen. Er will uns, die anderen zu eliminieren, aber wir wissen nicht, wo oder wie viele es gibt. Ja. Sugumi, gib uns die Rundauf über jeden und jeden anderen, die du findest. Wir nehmen sie aus. Entstanden. Oh, ich bin mal glücklich, dass es keine Hologramm-Effekte überall sind. Ich glaube, da sieht das Gameplay vielleicht noch ein bisschen besser aus. Obwohl, ganz ehrlich, die Hologramm-Effekte sind trotzdem überall zu sehen. Also von dem her, egal. Die sind sehr einfach. Liegt das einfach nur noch ein LT-Angriff, oder? Fubuki? Fubuki? Nein. Ich glaube, keiner versteht hier, was abgehebt. Ich glaube, keiner versteht hier, was abgehebt, außer Kasane und ihre Story und Gruppe. Ich glaube, ich glaube, nicht mehr als Seiron-Effekte ist. Ich glaube, ich glaube, nicht mehr als Seiron-Effekte ist. Aber es ist einfach nicht genug von uns. Wir helfen. Ich weiß nicht, was er denkt, aber ich kann nicht glauben, dass er gefährdet die Zivilisten. Danke. Dann nennen ich Yuito einen Temporary Platoon-Leader. Ich? Ja. Einige der Kanzlerin haben sich nicht zu evakuieren und sind in die Pflicht auf dem Fuß. Es gibt keine Kommunikation von der Backup-OSF oder der Nationalen Defense Forces. Ich will, dass Sie gehen und sehen, was passiert. Die sind alle feindlich, also. Obwohl ich weiß, bei Kasani nicht, also. Ja, weiter, bitte. Ich sehe schon die da vorne. Okay, jetzt rasten die aber ein bisschen. Ich finde es schön. Das könnten ein paar feindliche... NFF-Soldat von Zeron. Okay, das ist was anderes. Das ist kein letztes nicht AAS. Ich bin mir sicher, dass Kasani und Yuito noch gegeneinander kämpfen. Ich bin mir sehr sicher, dass da was war. Aber da war die Stadt auch eher in Rot gehüllt, dachte ich. Ich muss mal schauen. Ich bin mir sicher, dass ich noch ein bisschen die Story noch mal anschauen in der Aufnahme, weil ich manche Sachen, glaube ich, noch nicht ganz verstanden habe. Ich spiele es aber auch relativ schnell. Das war halt niemals so sagen. Ja, warte, ich muss mal kurz aufladen. Ich bin dran. Ich weiß, ich kann mal hier hoch springen und meine geile Feuerattacke einsetzen. Ui, die Schale ist kaputt. Oh. Ich bin jetzt aber gerade mit dem Gegner beschäftigt, bevor ich mich um den Nebelgegner kümmere. Ist das der Nebelgegner? Missing Pound. Komm, verricht doch einfach. Oh, mit cooler neuer Animation. Ich bekomme leichte Maduka-Vibes. Also gerade diese Lampen und so. Irgendwie hat das was von Maduka Magica. Ja, okay, warte, 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 warte. Okay, nicht sterben. Boah, es sind viel zu viele Gegner gerade. Da hinten ist noch diese andere. Erstmal natürlich ein bisschen Pound hier. Ich setze jetzt noch nicht die LT-Attacke ein. Ich glaube, die brauche ich mal für später. Oh, gut, dass ich keinen Schaden bekomme. Gut, das sieht ja schon mal besser aus. Machen wir Pyrokinese. Und nach dem Kampf definitiv erstmal heilen. Boah. Ich brenne halt schon wieder. Das ist auch toll. Ich glaube, habe ich so eine allgemeine Medizin hier? Kann ich nicht benutzen. So, weil ich jetzt ein Feuermodus bin. Okay. Naja, egal. Schön, dass dieser Gegner aber Feuer spocken kann. Das ist halt auch schön. Der ist aber auch echt stark. Also 24? 24? Ich bin ja nicht im Ausrastenmodus. Sehr schön. Okay, also so eine Normalisierungstablette. Macht das weg. Okay, das ist das, was ich ja wissen wollte. Wieso sterben allein nicht alle? Ich will mich mal kurz heilen. Nehme ich mal alle. Ja, bald nicht mehr. Glaubt mir. Ja, das ist zu spät. Gebe ich einen Speicherpunkt? Ich brauche langsam mal wieder einen. Kann ich irgendwas nehmen? Nein. Okay, schön, dass die anderen da hinten sind. Das freut mich mal sehr. Aber gut, die SV-NVF-Soldaten, die finde ich ja ganz in Ordnung. Die sind ja wirklich ganz einfach. Hier kann ich sogar LT benutzen. Ist sogar wahrscheinlich unnötig, das einzusetzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mit LB kann ich sehen, welcher Name da steht, weil ich jetzt hier an Nabi drücke. Ah, kann ich sie holen. Oh. Kombo-Vision. Mit zunehmendem Vertrauen zu deinen Verbündeten kannst du eine Kombo-Vision einsetzen, mit der du dir von deinen Verbündeten Kraft für einen Angriff leist. Tück-da-da-da, worauf eine Vision, blablabla. SAS muss nicht aktiviert sein und der Angriff ist nur einmal pro Kombo möglich. Diese mächtige Technik eignet sich vor allem, um Gegner zu zerschmettern und ist besonders effektiv im Kampf gegen starke Gegner. Bei einem Treffer wird die Gehirnantrieb-Anzeige aufgefüllt und der Effekt hält im Gehirnantrieb länger an. Oh ja, okay, dann. Oh ja, ganz nett. Aber schön, dass das Tutorial der Kombo-Vision erst jetzt kommt, jetzt wo ich es entdeckt habe für mich. Also es ist Kombo-Vision wahrscheinlich das Neue, dieser untere Teil bei der, beim, der Hirnkarte. Boah, nebenbei reden und das Spielspielen ist ein bisschen anstrengend. Also hier bei der Hirnkarte wird wahrscheinlich hier, nein, nein, glaub nicht, wahrscheinlich. 6 HP. Was machen wir als nächstes? Schönster Schmettern, Erweiterungschance. Okay, das ist ja nicht schlecht. Ich würde aber das erstmal nehmen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal die Route hier rechts, dann mache ich das erstmal voll und dann können wir weiter nach links gehen. Ich mache auch gerne noch das hier. Ja, okay. Ist hier noch irgendwas? Ich bin jetzt verwirrt. Ach nee, okay, es geht weiter. Boah. Ah, Storytime. Ich gehe erst mit dem Speicherpunkt. Ah, unwichtige Charaktere. Oh nein, er stolpert, der unwichtige Charaktere. Sind Sie okay? Du bist der Präsident Sumeragi. Ja, ich bin Yuito Sumeragi. Es gibt andere in der Stadt. Bitte, geh sofort zur Hilfe. Bitte, hurry, auf die OSF-Hörer. Der Präsident, der Präsident, der von der OSF-Hörer wird getestet. Was? Mein Vater? Hurry und helfe den Präsidenten. Entstanden? Lass uns hurry, ich bin über deinem Vater. Okay, finde ich auch eine gute Übersetzung. Okay. Daddy wird von der OSF-Hörer geknüpft. Entschuldigung. Wie viel Zeit soll das da? Dad steht und dann steht da, Daddy. Ja, man, Daddy, ich fühle Daddy. Gut, ähm, im Laden. Ich weiß ja nicht, was können wir da gut kaufen? Ein paar Normalisierungstabletten sind definitiv nicht schlecht. Ich glaube, da kaufe ich auch mal noch fünf Stück. Die Ausrüstung ist überall die stärkste. Weiß halt nicht, ob... Kraft des Anwenders und Verteidigungen ist auch nicht erhöht. Mehr Leben bräuchte ich jetzt erstmal nicht. Deswegen glaube ich, da sind wir gut aufgestellt. Dann speichere ich mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Scarlet Nexus. Wo die Story schon ein bisschen eskaliert, muss man sagen. Also da passiert schon einiges. Na gut, dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.